Herzlich Willkommen zurück zu Overcooked. Ja, wie kommen wir da jetzt hin? Achso, einfach so querbeet fahren. Einfach übers Wasser und durch die... Wo sollen wir jetzt hin? Da, ne? 2, 1. Oh Gott, das wird bestimmt... Ach, jetzt kommt das... Nein! Würdest du mich verarschen? Das habe ich irgendwo mal gesehen. Ja, ich glaube, als ich mir das angeguckt hatte, wie das Spiel so ist, da habe ich das auch gesehen. Der geht immer vor und zurück. Das ist so ähnlich wie eben mit dem hoch und runter. Das heißt, einer ist am besten auf den anderen. Aber kommst du da rein dann? Was hast du? Okay, Salat brauchen wir noch. Geht zusammen. Nein! Nein! Ist bei dir, ist bei dir! Aber brauchen wir den Salat? Ja, ja, den brauchst du. Ich brauche aber noch Dings. Nein! Aua! Ich lege auf den Boden! Wie, du leegst auf den Boden? Ich bin tot, ich bin dazwischen gefallen. Jetzt bin ich wieder da. Aber das Fleisch ist weg, ne? Ja, ich habe Fleisch. Was ich gerade rüberbringen wollte. Hallo, beweg dich! Ich habe einen Burger fertig. Wo bringt er den hin? Der wirft den einfach raus. Ich muss mal rüber. Nein, nimm das mit. Nein, ich bin runtergefallen. Du auch? Ja, nee. Hol schon mal ein Boletto und mach dir da hin, ja. Was brauchen wir noch? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Nur, nur, nur eine Bolette drauflegen, wenn die fertig ist. Und dann abgeben. Ne, nur das Fleisch drauflegen, meinst du? Ja, meine ich ja. Eine Bolette. Fleisch, ja. So, das ebenfalls. Salat brauchen wir jetzt als nächstes. Ich kann hier nur nichts machen. Ich habe Salat hier. Aber. Nein! Ich bin mit dem Salat runtergefallen, weil ich dachte, ich wäre schon da. Ja, das habe ich ja eben auch gehabt. Ja, der ist weg jetzt. Och Mann, ey. Nein, ich will dieses Scheiß. Ich will Salat haben. Geh doch mal weg hier. Nein, jetzt ist der weg. Scheiße. Das Ding ist gleich kaputt. Ja, das war's. Ich wollte nur den zweiten mit rüberholen. Nimm schon mal Feuerlöscher mit. Den lassen wir mal hier stehen, ne? Feuerlöscher. Entweder holt einer. Oh, das war fertig. Was machst du denn? Boah, scheiße, ich komme nie mal rein. Äh, Salat brauchen wir nochmal. Hast du? Ne, du hast die Tomaten nicht da, ne? Ne. Das ist aber richtig scheiße so. Ohne Bulette brauche ich auch keine Scheiße, aber. Nein. Irgendwas ist am Verbrennen. Nein. Ihr geht, nimm es doch mal weg. Oh, ich komme da nicht ran. Ja, nimm es doch. Nein, ich komme nicht rüber. Scheiße. Äh, was hast du denn jetzt schon gemacht? Wir brauchen noch Tomaten auf dem Ding, aber wir haben keine Tomaten. Und, achso, nur Fleisch brauchen wir mit dem, bitte. Und liefern wir die aus. Die geht ja schneller. Boah, ich bin gerade noch da. Scheiße. Äh. Nein, Tomaten hätten... Ja, dann hättest du sie holen müssen. Nein, 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 alles gut. Aber wir haben keine Teller. Doch, das sind Teller. Nein, ich bin unten. Hol die Tomaten, hol die Tomaten. Fuck, ich komme nicht... Aber wir brauchen eine Bulette. Schnell, eine Bulette. Ah, Mann, dann lauf mir doch nicht dazwischen. Ich komme nicht... Äh, ich bin oben. Ja, dann... Äh, was haben wir denn jetzt hier? Achso, muss doch Fleisch rein. Okay. Fleisch rein und, äh, warte, ich mache nochmal Fleisch. Wir brauchen noch Salat. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Das Fleisch wird bis dahin nicht. Och, komm, ey. Nur weil das Fleisch so lange braucht. Ja, wir müssen mehr Fleisch machen. Wir müssen drei Dinger gleich... Ja, aber ich kann ja... Ich kann nur oben oder unten sein. Ich kann ja nicht... Ne, ich bin jetzt dreimal runtergefallen oder so. Das ist scheiße. Aber nächster Stimm... Ach nee, hätten wir uns die 30 nicht abgezogen. Für was auch immer. Ja, wir haben es nicht in der Reihenfolge gemacht. Wir müssen gucken, dass wir die Dinger auch richtig in der Reihenfolge machen. Ja, das ist die Frage. Sollen wir nochmal probieren oder sowas? Du hast eine Errungenschaft freigeschalten. Essen auf Rädern. Ach, du nicht? Ja, weiß nicht, ob das für mich auch gilt. Ich glaube nicht. Es war ja immer so, dass es nur für den einen gilt. Ja, was ist denn? Sollen wir nochmal probieren? Nee, kanns machen. Kanns machen. Nochmal probieren? Ja. Ähm, pass auf. Fleisch? Ich kann mich nicht bewegen. Äh, äh, äh. Oh. Der braucht aber Fleisch. Der braucht gar nichts anderes hier gerade. Der kommt jetzt näher. Pass auf. Ja, ja. Bring mir das andere Zeug alles rüber. Läge es einfach da hin irgendwo. Ich muss noch Fleisch haben. Ja, wir haben aber keine Tomate fürs nächste Mal. Oh, ne, okay. Oh, was für ein Licht ist. Vielleicht stehen wir drauf. Pass auf, pass auf. Das war doch noch gar nicht fertig. Nein, nicht ablegen. Hallo, was macht der hier? Also, ich kann ja jetzt schon mal sagen, ich liebe und ich hasse dieses Spiel gleichzeitig. Ah, ich da. Mach das da rein. Ach, das ist... Hä? Ach, das ist noch nicht gemacht. Och, sag mir das doch, Mann. Ja, jetzt komm ich nicht rüber. So geht das nicht hier. Ich brauch... Ich brauch noch Tomaten. Ach, die Liga. Du brauchst doch wieder neues Fleisch. Ja. Hier, komm, komm. Ich brauch noch Tomaten und... Aber ich brauch erstmal Tomaten und Dings. Und die Teller müssen wir spülen. Oder... Ne, die muss ich hier nicht holen. Hallo. Nein. Scheiße. Äh, Tomaten und Salat brauchst du. Geh mal weg da. Ja, du den Salat da rein. Und bring's weg. Ach so, ist ja gar keiner da. Ja, toll. Wir brauchen Salat. Jetzt schnell, schnell. Was brauchen wir noch? Auah. Noch mal Salat. Noch mal Salat. Nein, 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 nein. Oh, komm. Ey, das war doch... Toll, ey. Fleisch brauchen wir auf jeden Fall auch nur. Das Problem ist, Fleisch müssen wir eigentlich... Ey. Schickst du mich hier weg? Ja, schnell, bring das nach oben. Ja, ich... Bleib oben, bleib oben, bleib oben. Ja, ich kann ja noch oben bleiben, aber ich hab... Doch, Teller hab ich noch. Einen. Mann, wieso legt der das dazwischen, ey? Also, ich kann das da abgeben. Jetzt acht mir das doch. Ja, ich weiß nicht. Ich leg dir einfach nur alles nach oben, was du vielleicht kommen kannst. Äh. Salat brauchen wir auf jeden Fall. Tomaten brauchen wir auch die nächsten Male. Hol dir was von mir, hol dir was von mir. Nee, ich kann grad nicht. Ich muss... Oh, es wird auseinander. Hä? Ich hab doch alles gehabt. Was macht der jetzt mit mir hier? Ich weiß nicht, was du brauchst. Das ist das Problem. Ich brauch alles auf dem. Ja, und jetzt brauch ich nochmal Fleisch und, und... Bolette und, und, und... Och. Nein, ich komm nicht mehr zurück. Scheiße. Freite ich hier schon mal alles vor? Nein, das schaff ich nicht. Ich kann ja nichts machen. Nein, das war nicht fertig. Jetzt. Jetzt sind wir es doch. Geh weg. Nein, ich konnte die Fertigkeit eben hin. Aber immerhin, zwei. Aber wir haben keine verpasst. Och. Aber gut, 240 hat er eben noch so geschrien, dass von wegen, was macht er mit mir, das war die falsch. Ja, es sah so aus, aber es war nicht die Falsche, sondern es war eine, die hier noch nicht dran war. Boah. Aber wenn die oben schon drin ist, dann kann er sehr trotzdem, nimmt er die ja weg und hat er abgeraten. Ja, ja. Ja, ja. Boah, jetzt können wir auch beruhigt weiterfahren hier. Zu dem nächsten. Zu dem nächsten Chaos, ja. Ja, oh Gott. Ach so schnell. Ach. Ich hätte nochmal die glorreiche Idee, das Spiel zu spielen. Du? Ich muss ja auch noch mit. Äh, wo sind die Zwiebeln? Da unten rechts. Die Pixelgrafik. Bei dir unten links sind die auch. Äh, in der Mitte. Okay. Also Zwiebeln. Nein. Aber eigentlich muss einer in der Mitte bleiben und der andere muss irgendwie außen rum laufen, weil sonst wird das hier... Nein. Äh. Ich hab hier irgendwelche... Die klauen mir was. Die klauen mir die Sachen. Was? Äh. Ich hab hier Ratten. Nein, nein. Rattenlöcke hier. Ey. Sima. Die klauen die sich... Was sind das denn für Drecksdinger hier? Hier, schnell. Mach das mal. Ich muss hier bei dem Ding bleiben. Ja, du kannst da nicht bleiben. Ja, ich muss da bleiben. Die klauen uns das doch gerade alles. Ja. Jetzt haben sie es dir auch geklaut. Jetzt kannst du damit nicht arbeiten. Hab ich dir extra hingelegt. Ja, eine Sache hab ich gemacht. Aber ich... Achso. Ist aber auch blöd, dass man die Dinger irgendwo anders hinlegen kann. Ja, ich weiß. Das ist extra so gemacht, dass die da sind. Aber... Trotzdem kühlt. Was ist mit Tellern? Ich weiß nicht, wo die dreckigen... Ach, da oben. In der Mitte sind die. Nimm das an. Wir brauchen Tomatensuppe, ist fast fertig. Nimm die. Du brauchst Zwiebelsuppe, musst du machen. Nein. Ich mach eben einen neuen Teller. Du machst Zwiebelsuppe, dann mach ich die... Ja, ja. Champignons. Das ist ätzend. Komm schon. Leg da. Machst du Champignons? Ja. Ich mach jetzt Tomaten. Oh, Tomaten. Äh, der muss ja rumlaufen. Das heißt, ich mach dann gleich wieder Champignons. Nein! Du darfst da rein! Sag mal! Ach, Mann, ey. Diese scheiß Tomaten. Wieso wirft er die fünfmal daneben? Ey, da klaut wieder einer was bei dir. Nicht Tomaten, Champignons, meine ich. Aber egal. Boah! Ey, das ist doch scheiße. Äh, nee. Falsch rum. Ja, du kannst wirklich nur nehmen und... Ne? Ich brauche einen Teller. Mhm. Ja, bei mir habe ich noch nicht gespielt. Hast du die Champignons fertig? Ja, ja, gleich. Achso. Äh, Teller. Oh, das werde ich nicht mit... Äh, bei dir... Also, mein ist durch. Ich mach die Zwiebeln. Du bist bei den Tomaten dran, ne? Äh, aber die schaffe ich nicht mehr, die eine. Die kriegen wir eine negative Bewertung. Scheiße. Die werden uns nicht mehr empfehlen. Meinst du nicht? Nein. Warum nicht? Zu langsam. Kriegen die Beine nicht hoch. Ey, weißt du, wie lange das dauert, wenn man eine Pizza oder so bestellt? Und die haben eine Rattenplage in der Küche. Ja gut, das sehen die ja nicht, ne? Na ja. Ich mach die einen Zwiebeln, aber die zweite kannst du noch machen. Ich kann die einen, die Zwiebeln schaffe ich nicht mehr, die einen. Ich mach lieber nochmal eine... Oder? Doch, die einen sind tot. Oder doch, ich mach auch nochmal Zwiebeln. Äh. Ich versuch mich nochmal an den Champignons. Einfacher wär's ja, glaub ich, wenn einer in der Mitte die hackt und weiterlässt. Uh. Ja, hab ich ja eben schon gesagt, aber... Aber... Nee, das schaff ich nicht mehr. Ich auch nicht. Ich hab nur zwei Hände. Oh, Leute. Aber immerhin noch zwei. Ich mein, zwei unerledigte Bestellungen hab ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ja, die sind nicht. Vom Anfang wahrscheinlich, ne? Naja, uhu. Mal was für mich. Die sieht zwar genauso scheiße aus, aber... Und das trotz Rattenplage in der Küche. Äh, dass wir die bekommen haben, oder dass wir... Da wärst du noch zwei Städte gekriegt, obwohl die jetzt alles geklaut haben. Ja, das war wirklich am Anfang, wo ich gedacht hab, ey, was geht jetzt ab? Du kannst auch hier der Waschbär sein, ne? Ist auch ganz niedlich. Halt ich das jetzt hier, ja, ne? Gott, was soll man denn machen? Burger. Ich, ich kann den... Äh... Äh... Ich hab kein... Achso, du musst Fließband! Material! Auf die Fließband! Okay, dann lebe ich das oben immer hin. Keine Burger Sachen, sondern die fertigen! Ich die Sachen! Die musst du doch machen! Nein, ich... Ich kann die doch nicht! Du musst die doch erstmal klein hacken, die Sachen! Okay, dann leg ich die unten! Was? Was? Was ne Scheiße! Und du musst die dann zusammenbauen, oder was? Wollt ihr nicht vom Arsch? Oh, die Teller hab ich? Ne, wer baut die denn jetzt zusammen? Du hast die Teller! Ja, warte mal! Dann lass das bei dir! Lass das bei dir! Lass das bei dir! Ja, die muss ich wieder haben! Dann brauchst du... Du musst mir die Burger geben! Fertig! Ja, wie? Ne, warte mal! Doch! Ich muss die doch auf die Teller drauflegen hier! Ja, meine ich doch! Ich geb dir die Pfannen drüber! Und ich geb dir dann die Teller mit dem... mit dem... äh... Fleisch drauf! Weil sonst kann ich die nirgendwo drauflegen! Was soll ich mit den Pfannen denn haben? Die Pfannen brauche ich nicht! Was machst du mir die Pfanne jetzt? Ich brauche nur eine Bulette! Gib mir mal eine Bulette! Schnell! Boah, ist das hier kompliziert! Ich... Keine Bulette! So ein... Patty! Nicht Patty! So ein Brot! So ein Brot! Ich brauche ein Brot! Ich bin überfordert! Ich weiß nicht, was du willst! Das Brot! Nicht Bernd, aber das Brot brauche ich! Bernd brauchst du nicht! Da wird er sich aber nicht freuen! Mach schneller! Ich brauche das Brot! Ja, ich brauche aber Teller! Ich muss die irgendwo drauflegen können! Ich habe immer keine mehr! Ich habe keine hier mehr! Wenn wir nichts ausliefern, ich brauche ein Brot! Ja, ich habe dir welche rübergeschickt! Der 1 hast du! Das hast du aber da ganz hinten anfangen lassen! Guck mal, wo du das anfangen lässt! Ja! Ich habe dir das doch eben alles schon rübergeschickt! Nein! Ich schmeiße das jetzt einfach hier so rein! So, jetzt haben wir einen Teller! Nein, du sollst das... Achso, nee, warte mal! Das musst du ja machen! Scheiße! Ich brauche endlich mal einen Teller! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Ohne Brot! Ich habe dir so viel Brot jetzt da reingeworfen! Oder gehen die alle weg? Nee, oder? Du musst braten! Ja, ich habe immer noch keinen Teller! Ja! Ja, ich habe auch keinen... Achso, der dreckige Teller! Warte mal! Ich kann ohne Teller gerade gar nichts mehr machen! Weil ich kann nichts herstellen! Ich kann nichts... Du musst die Teller dingsen! Ich habe sie hier... Ich kann das nicht nehmen! Hallo! Hey, wie habe ich jetzt einen Teller? Einen Teller kann ich dir das Fleisch nämlich nicht geben, damit du das weiter verarbeiten kannst! Und wenn ich dir das Fleisch nicht geben kann, kann ich nämlich auch die Pfanne nicht benutzen! Ist hier irgendwo Fleisch drauf, was schon verarbeitet ist? Nee, gar keins! Ja, super! Warum habe ich das denn alles hier reingetan? Hier, da unten musst du die doch braten! Guck mal, da ist ein Teller! Mit falsch! Das musst du beraten! Ich muss aber erstmal das fertige Fleisch haben! Das kann ich so nicht reintun! Ja, das habe ich doch auf die Petty, das Petty da hinten! Wo der Teller ist! Hier ist es nirgendwo... Ach, da oben! Ach, da oben! Ja, eins habe ich... Mehr Teller habe ich nicht! Ich habe keine Teller! Da ist noch eins jetzt hier, das hier rumfährt! Warte! Und das wird das Katastrophe gerade! Oh, jetzt kann ich die Teller hier nicht drauflegen! Ich kann die nicht da drauflegen! Was ist das für eine Scheiße! Nein, wieso tue ich die Teller eigentlich weg? Oh! Ja, ich brauche auch nicht weiter, Mann! Wir haben überhaupt nichts geschafft! Ich glaube, zwei Dinge haben wir gemacht! Ja, wie gesagt, ich hatte keine Teller! Und danach hatte ich kein Fleisch! Ich kann nichts machen so! Das Erste, was du machen musst, ist mir mindestens einen Teller rüber zu schicken! Sonst kann ich nichts hinlegen, damit du das verarbeiten kannst! Doch, das Fleisch konnte es mir so geben! Nein! Ja, das Erste! Da musst du das verarbeiten! Ja, dann mach das so! Ja, ich nehme Fleisch! Du musst es verarbeiten! Und danach kam nämlich nichts mehr zurück! Das ist das Problem! Weil ich kann es nicht braten, wenn du es nicht verarbeitet hast! Das kann ich nicht mehr holen, scheiße! Nein, nein, nein! Moment, den Teller darf ich nicht weg tun, den brauche ich gleich wieder! Dann kommt nochmal Fleisch! Ja, ich sehe es! Den Teller benutze ich jetzt nochmal! Komm, komm, komm! Ich schaue dir nämlich immer wieder was Neues hier drauf! Toll! Und das Dunkelrote, was auf dem Teller ist, das ist das Fleisch, was du weiterverarbeiten kannst! Also, was du weiterverarbeiten kannst! Ja! Da kommt fertiges Fleisch! Ich brauche mehr! Dann mach mir mehr! Dann mach mir mehr! Hä? Wieso hat er den Teller jetzt da hingepackt? Der ist dreckig! Aber... Nee, ich... Der muss... Der macht das nicht! Mann! Das ist kacke gemacht, ey! Und im Moment kann ich nichts mehr machen, außer spülen und weiterreichen! Ach komm! Mann! Das Problem ist, ich habe keine Teller mehr! Achso, warte mal! Ja, dann sag doch was! Ja, ey! Ich kann dir ja nichts geben! Ich habe hier ja nur drei! Weil ich warte hier die ganze Zeit! Wenn du natürlich nicht sagst, du brauchst einen Teller! Ja, ich brauche die alle hier drüben! Du sagst, tu sie einfach auf! Ja, einen brauche ich hier, damit ich dir das wieder zurückgeben kann! Wie du wieder zurückgeben kannst, was würdest du mir zurückgeben? Damit ich dir Sachen zurückgeben kann! Aber nicht zu viel Fleisch! Weil... Ja, ich kann nichts! Das ist das Erste, was du mir jetzt gegeben hast! Ja! Ich kann nichts machen, außer abspülen im Moment! Oder dumm rumstehen! Ich kann auch gerade nichts machen! Ich weiß gar nicht... Ja, du musst dringend Fleisch hacken! Sonst kann ich nichts machen! Ich habe Fleisch gehackt! Ich habe es dir gegeben! Aber es ist... Ja, einmal! Darauf habe ich jetzt... Oder darauf warte ich jetzt aktuell! Ich hab... Was ist das denn? Ich kann es nicht ablegen! Was ist denn jetzt mit der scheiß Grafik los? Ich sehe überhaupt gar nichts mehr gleich! Ach, wieder das Problem wegen Remote Play! Okay! Mach mal... Eierter als Fleisch! Ach, das kann ich nix! Jetzt brauchst du Salat, Tomaten und Fleisch! Ich habe alles hier, aber ich habe kein... Ja, ich habe kein Fleisch! Ich warte auf das einzige Fleisch, was ich gerade hier habe! Ja, und ich habe keinen Teller... Ach, komm! Komm! Also Teller hattest du alle auf deiner Seite! Ich habe nur noch den an der Hand gehabt! Ich hatte einen dreckigen! Ja, und einer ist schon seit ein paar Runden darum gefahren! Das ist die Frage, willst du lieber den nächsten machen? Ich will nicht mehr! Ne, mach weiter, weil das nervt gerade das Ding! Ach du Scheiße! Was ist das denn? Ach du Scheiße! Was ist das denn? Ach! Mann, ich bin unten! Och keine Burger mehr! Ich hasse Burger! Äh! Das ist von Müll zu Müll oder was? Stell dich mal rechts hin! Wie? Ja, rechts! Das ist nicht rechts! Nimm das bevor das raus geht! Ja, ich sehe leider gerade nichts mehr hier! Noch gar nicht? Weil es ist nur noch verpixelt! Und Fleisch habe ich jetzt noch! Und es ruckelt total! Was ist denn das denn? Das musst du zubereiten und mir dann zurückgeben erstmal! Ja, hier, hier, komm! Ja, ich komm, mach schon! Äh, ich hab sonst nichts mehr zu machen hier! Du musst mir irgendein... Dann mach das so, dass ich drei Sachen schon mal habe hier! Ja, Moment! Das Fleisch ist gleich fertig! Nicht, dass das hier... Das ist so unproduktiv hier! Ich laufe hier durch die Gegend! Das ist nicht mehr Spieler, fast für mich! Das ruckelt hier total! Das kommt! Was soll ich damit? Ja, auf dem Burger tun vielleicht? Du hast da hinten die... Ja, die Tomates für einen Eimer! Ja, weil ich gerade den Burger fertig mache! Ja, du standst da, dann habe ich gesagt! Jetzt mache ich! Achtung! Ah, nein! Ja... Ne, es ruckelt! Ich kann nicht mehr spielen! Das ist total schlecht gerade! Ich sehe erstmal die Hälfte nicht richtig! Und dann ruckelt es total! Das ist nicht spielbar! Was ist das für eine Scheiße? Muss ich dir nicht irgendwie eine Bulette nochmal geben? Ja, ich stehe hier nur noch mit dem Fleisch! Aber das Fleisch braucht es auch nochmal! Ne, legt das nochmal auf eure Seite! Das brauchen wir nicht! Äh, äh... Ich habe hier nichts zu tun! Ich muss ja die ganze Zeit warten! Ja, ich warte jetzt auch hier! Ich brauche Burger-Dingsbums auch so! Ja, das habe ich die ganze Zeit schon da gehabt! Das ist ja aber alles Müll gelangen! Das ist ja alles Müll gelangen! Nimm den Teller hier! Ja, super! Dann lasse ich das Fleisch erstmal hier! Ja, nur dass du den wegnimmst! Ja, der Teller ist ja nicht so wichtig! Fleisch ist ja das, was du brauchst, um was zu machen! Ja, mach! Ich habe keine Bulette hier drüben! Ich brauche eine Bulette! Äh, 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 nicht eine Bulette! So ein Börser! Ja, ich warte da drauf! Nein, das nicht! Ich brauche so, sonst kann ich die nicht ausliefern! Ach so, eins meinst! Ja, so ein Brot! Sag doch einfach Brot! Ja! Ja, Bulette ist nicht sowas! Nein, ich... Ich habe keine Teller mehr! Keine neun! Ach so, warte mal doch! Ach so, warte mal doch! Hier, hier, hier! Nimm das! Warte, dann schicke ich dir erstmal einen neuen Teller! Aber ich habe da auch nichts zu machen da drüben! Ich brauche noch andere Sachen! Also, äh, ich bräuchte jetzt eine fertige Glatte! Ja, ja mach, komm! Ohne fertige, fertiges Fleisch brauche ich gleich! Ja, warte, ich gebe dir mal erstmal Fleisch zum bearbeiten! Aber beeil dich! Weil ich muss das holen! Ja, aber wir brauchen auch Gemüsefleisch! Ja, aber das Fleisch dauert länger! Deswegen gebe ich dir das jetzt schon mal! Achtung, fertiges Fleisch! Warte! Ach, egal! Ja, gib her! Ich gebe dir mal hier einen Teller! Ja, geh dann direkt zur anderen Seite! Wenn du was machst! Ne, warte mal! Ich mach das sonst! Ja, wir schaffen sich nicht das! Oh, ist das verpixelt? Ne! Das macht keinen Spaß! Ach so! Also, mit anderen Worten, zwei Sterne hätten wir locker geschafft! Und es 20 pro Bestellung ist, ist aber sehr krumm irgendwie! Tipps, was heißt denn Tipps überhaupt? Tipps sind, äh, hier, äh, Dings, wer heißt das? Na, Triggeld! Ach so! Ja! Wie ist das denn? Ja, ich habe gerade einen Tatharel.